Kertz's Delikatessen Kertz's Delikatessen ist einer der bedeutendsten Delikatessen-Geschäfte in ganz New York City. Seit über 130 Jahren gehen hier Klassiker wie das Ruben-Sandwich oder das weltberühmte Pastrami on Rye-Sandwich über die Theke. Einfach ein über Tage lang eingelegtes Brisket, im Pfeffer und Senfkruste gesmoked, in dünne Scheiben geschnitten, einfach butterzart auf ein Roggenbrot gelegt, halbiert und mit Pickles als Beilage serviert. Und ja Leute, hiermit herzlich willkommen in New York. Ich kann euch nur sagen, heute werden wir was sehr besonderes essen gehen. Viel Spaß dabei. Guten Morgen New York. Freust du dich auf das Sandwich? Ja, sehr. Wie fährst du von Kertz? Das beste Fleisch, das ich je gegessen habe, das beste Sandwich. Ist krank. Es zerschmilzt in deinem Mund. Und es ist nix für Veganer oder Vegetarier. Da sind wir Leute. Kertz's Delikatessen. Was ein Laden. So, wenn ihr reinkommt, bekommt ihr so ein Ticket. Und mit dem geht ihr dann zu einem von den Cuttern. Am besten ihr wisst schon, bevor ihr dort ankommt, was ihr möchtet. Gebt dem einen kleinen Tipp, ein bisschen Trinkgeld. Und bestellt euch euer Sandwich oder worauf auch immer ihr Bock habt. Ihr seht, es gibt wirklich alles. Es gibt Omelettes. Es gibt Sandwiches. Es gibt Suppen. Es gibt Bagels. Es gibt sogar Philly Cheesesteak Sandwich. Hi, man. Hi, man. I take one pastrami rye with Swiss cheese and mustard. What's your favorite sandwich in here? Everybody's favorite is pastrami. We sell over 30,000 pounds pastrami a week. Wow. So, everybody comes here for the pastrami. I still like the pastrami, but I like the brisket a little better, because I don't see it as much. Oh, yeah, that's true. Yeah. It's more special, because you don't eat it so often. Yeah, I don't, I don't, it's out of my face all day like this thing. Oh, yeah. But I still love the taste of the pastrami. Do you have any other Jewish delis that you can recommend in the city? This place is like, top of the line. Alright. You can have a little sample here. After this is, it's, it's hard to top this, you know. Alright. Okay. Here's a little paper. Let's see. Let's see. Let's see. Let's go. 1988 bis 2020, so diese alten Neonlichter von Biermarken, von ich weiß nicht von was alles, diese Würste, die im Schaufenster hängen, diese Theke mit den Schildern, mit der Karte, die auch einfach ausdrückt, als ob sie da seit, keine Ahnung, schon eingestaubt seit 50 Jahren hängt. Auf jeden Fall ein Erlebnis, ein Nostalgie-Kick und ich könnte mir auch keinen cooleren Platz vorstellen, so ein Sandwich zu genießen, wie an diesen alten Holztischen bei Cats. Ja, liebe Freunde, selten war ich so nervös vor einem Video und selten habe ich mich so gefreut auf einem Video, das für euch zu machen und ich habe auch schon so lange mir in meinem Kopf vorgestellt, hierher zu kommen und dieses Video zu machen. Seit ich das erste Mal hier war, dachte ich mir, Alter, das nächste Mal, ich muss mit einer Kamera kommen, ich muss ein Video machen, ich bin wirklich so ein bisschen aufgeregt. Das Legendäre, das wahrscheinlich oder einer der wahrscheinlich berühmtesten Sandwiches auf der ganzen Welt, in einem der wahrscheinlich berühmtesten Restaurants auf der ganzen Welt liegt vor mir. So schön, so groß, so weich, so fluffig, so juicy, so rot, so einfach alles. Diese Pickles als Beilage und ich würde sagen, das Geist ist, dieses Ding aufzuklappen, um euch den Querschnitt zu zeigen. Jetzt schnallt euch an, Leute. Oh, shit. Schaut euch dieses Teil an. Das ist der Inbegriff von Juice, von Saftigkeit, von Fettigkeit, von Käsigkeit, von Fleischigkeit, von Senfisch und Brotigkeit. Es geht nicht besser. Da wird auf jeden Fall nicht gespart am Fleisch. Ja, Mann. Das ist so crazy, was die da reinpfeffern. Die Leute können ja gerne mal in den Kommentaren zuerst raten, was das kostet. Genau, an der Stelle ratet mal, was dieses Sandwich gekostet hat. Und das erfahren wir dann später, wenn wir rausgehen und bezahlen, was wir dafür bezahlt haben. Und jetzt reden wir nicht lang rum und beißen rein. Pastrami und Rai bei Cats Delica testen. Endlich ist es soweit. Dieser Moment, wir genießen ihn gemeinsam. Mahlzeit, Leute. Du kannst einfach abbeißen. Du kannst einfach mit deinen Lippen durchbeißen. Guck mal. Okay, fast. Das ist das zarteste Fleisch-Erlebnis, das ich jemals hatte. Das Fleisch ist so zart gesmoked und hat so einen feinen Geschmack und zerfällt einfach in deinem Mund. Das ist einfach, da sieht man dieses rosa Fleisch. Guck mal, das hält noch gerade so zusammen. Man kann gerade noch so die Fasern sehen, die das Fleisch zusammenhält. Und da seht ihr die Pfefferkruste, der Käse. Alles wird zu einer Einheit einfach. Die Einheit ist da. Die rosa Farbe kommt, glaube ich, vom Pökelsalz, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Also es wird tatsächlich wie eine Essiggurke über mehrere Tage oder auch Wochen teilweise in so einer Salz, ich glaube auch Zucker und verschiedene Gewürzemischungen eingelegt, bevor es dann letztlich gesmoked wird. In einem Smoker. Also gegrillt dann noch am Ende wie ein richtiges Brisket. Und dann aufgeschnitten. Und auch dieses Sandwich gelegt, welches ich jetzt in meinen Mund lege. Mh. Mh. Okay. Da kann ich auch nicht Nein sagen, natürlich. Da kann auch her Storybite nicht widerstehen. Das ist wirklich, das ist einfach eine Delikatesse. Die kann man nicht auslassen, wenn man einmal in New York ist. Wir sind jetzt das vierte Mal da. Auch wie fett das einfach ist und wie weich dieses Brot ist und dieses Fleisch umschließt. Es ist so geil. Allein das in der Hand zu halten, macht schon Spaß. Das ist einfach so ein Fleischball, gell. Das ist einfach so crazy. Okay. Okay, Mahlzeit. Solid Breakfast um 9 Uhr. Dieser Geschmack. Und man muss auch sagen, als man das zum ersten Mal gegessen hat, du hast noch nie was vergleichbares gehabt. Es gibt nichts vergleichbares, oder? Und was ich noch so geil finde, die Kombination mit dem Senf. Ich weiß nicht, ich kenne die Kombination so eigentlich gar nicht. Aber der Senf ist so geil. Und was auch geil ist, am Tisch steht auch noch immer einmal Senf und einmal Ketchup. Dann kann man sich noch extra Senf dazugeben. Und das harmoniert so gut mit diesem weichen Brot. Der Senf, das weiche Fleisch, der Käse. Geil. Und was auch mega gut dazu passt, man kriegt immer so Gurken dazu. Aber so nach Dill. Die schmeckt schon sehr, sehr salz. Aber die Gurke ist dazu da, dass nach jedem Mal, nachdem du in diese Gurke beißt und deinen Mund wieder so neutralisierst, hast du wieder einen Biss, als ob es dein erster wäre. Also wenn du reingehst und einen Biss setzt, der erste ist einfach der krasseste. Und irgendwann gewöhnt sich dein Mund so ein bisschen daran. Aber wenn du immer wieder zwischendrin so eine Gurke snackst, dann ist einfach jeder Biss wie der Erste. Und nicht zu vergessen, immer mit Senf upgraden. Wie das einfach so in deinen Händen zerfällt. Das ist so weich. Und ihr seht, die Einheit ist da. Brot, Fleisch und Käse wird einfach zu einem. Ich glaube, ursprünglich brachten jüdische Einwanderer diese Delikatessen, wie das Pastrami-Sandwich oder auch den Loks-Bagel, den es hier auch gibt mit Salmon und Cream Cheese, diese schönen weichen Bagel, überhaupt das Ganze Eingelegte in die USA und begannen das zu verkaufen in diesen Delis. Die ist auch noch überall in New York verteilt. Wie gesagt, das ist so das legendärste und berühmteste so. Und das Ganze hat sich einfach bis 2021 und wird sich wahrscheinlich noch weitere 50, 100 Jahre halten. Oder bis ins Unendliche. Und uns mit diesen geilen Speisen beglückt und bereichert. Kuss geht raus an die jüdischen Einwanderer an der Stelle. Und nach dem Essen geht ihr dann mit eurem gekennzeichneten Ticket zur Kasse und bezahlt. Hi. Are you gonna be cash? That's cash. Thank you very much. Have a good day, sir. Bye. Okay, Leute. Der Preis. Ihr seht, wir haben keine Getränke genommen, ja, weil ich irgendwie nicht dran gedacht habe. Aber wir haben für dieses Sandwich und um es dort zu essen. 28,25 Dollar bezahlt. 28 Dollar, hier 40 gegeben. 11,75 war Change. Krass, Alter. Fast 30 Dollar für dieses Ding, oder? So viel Geld. Weil es kommen noch Steuern dann an der Kasse dazu. Also der Preis, den ihr dort seht, der ist noch ohne Steuern. An der Kasse kommen noch Steuern dazu. Fast 30 Dollar für dieses Sandwich. Wahnsinn. Krass. New York. Leute, euer Geld verbrennt. Das Coole ist, nicht weit von Katze. Einfach nur ein Block. Nebendran gibt es ein weiteres Kosher-Style-Daily. Das ist mindestens genauso historisch wie Katze. Das ist ebenfalls eine Institution in New York mit dem Namen Russ & Daughters. Aber anders wie Katze haben sich die auf Fisch spezialisiert und speziell auf Lachs. Die haben einfach fünf verschiedene Lachs-Sorten, die du dann zusammen mit, ich weiß nicht, sechs bis zehn verschiedenen Cream Cheese-Sorten kombinieren kannst und auf einen Bagel legen kannst. Und wir werden dort jetzt so den New Yorker, ich würde sagen den New Yorker, okay. Und wir werden dort jetzt den New Yorker Frühstückssnack essen. Den Lachs & Cream Cheese Bagel. Einfach eine Schlange. Einfach eine Schlange. Die wollen alle Bagels. Die wissen was Gutes. Ich glaube man kann Russ & Daughters auch so als ein kleines Lebensmittel-Geschäft, Delikatessen-Geschäft sehen, in das die Leute wirklich reingehen, sich Zeit lassen, dass sie ihren Lachs, das ist ihr Gebäck, dass sie ihre Trockenfrüchte, dass sie ihren Kaviar aussuchen und deshalb auch die Schlange, beziehungsweise deshalb auch das Handy-Nummern-System, dass die Leute auch wirklich auch in Zeiten wie diesen in Ruhe shoppen können. Hey, Manni. Thanks. Hey. Can I get one Lachs & Cream Cheese Bagel? Ihr seht auf jeden Fall auch wieder einen Laden, der einfach in der Zeit stehen geblieben ist. Sieht einfach unverändert aus so. Und der nette Herr bereitet gerade den Bagel zu. Es wird ein dicker Klecks Cream Cheese auf den weichen Bagel gelegt, gefolgt von diesem Lachs. Das ist die erste Mal? Die zweite Mal. Die zweite Mal. Die zweite Mal, ja. Gefolgt von Tomaten, gefolgt von Zwiebeln. Thank you, Sir. Es scheint auch so, als ob es die Sonne auch schon in diesem Park geschafft hat. Das heißt, wir können unseren Bagel eventuell im Warmen genießen. Maybe, ja. Zumindest auf dem einen Eck ist schon die Sonne. Hat jemand was von Rust & Daughters bestellt? Das ist aber gut, Alter. Ihr könntet mir das heute mitnehmen auf der Tour. Das ist unser Foodtour-Auto. Oh, das ist perfekt. Da muss ich nicht mehr gehen. Okay, Leute. Die Ware ist auf jeden Fall da. Wir haben auch einen netten Frühstückstisch hier auf dem Spielplatz. Habe ich uns rezipiert. In mitten Manhattan. Kein Problem. Ja, Leute. Rust & Daughters Bagel. Was sagt ihr? Ich liebe diese Verpackung. Doch wie in der Leber. Als wäre dann der Leberkissammer drin. Die nennen das hier Deli Paper. Echt? Oder Deli Paper. Ja. Wie macht es so schön aus? Weil du da deine Delikatessen einpacken kannst. Der sieht auf jeden Fall geil aus, ja? Puh. Ich nicht. Woi, woi, woi. Damn. Ich feiere das, wenn er so viel Cream Cheese reingebt, dass er da oben schon wieder rausquillt. Schaut einfach mal an. Diese Freshness da drauf. Diese Juiciness. Diese drei, vier Schichten Lachs zusammen mit der schönen Zwiebel. Die wird jetzt gleich so schön knacken. Tomate ist mit drauf. Und der Cream Cheese mit Scallion. Also mit den Jungzwiebeln müssten das sein. Oder Frühlingszwiebeln. Bringt nochmal so eine gewisse Kräuterigkeit rein. Auf unseren kleinen Zwischensnack zwischen Katz und dem, was noch kommen wird. Was geht mit diesem Lachs ab? Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so einen frisch schmeckenden Lachs gehabt. Der ist so schön glibbrig und einfach so frisch. Der schmeckt so frisch. Und diese Zwiebeln machen die Sache noch krasser so. Diese leicht süßig, roten Zwiebeln mit der Tomate. Einfach so eine Fresh. Du musst einfach grinsen, wenn du da reinbeißt. Wie so ein... Ich weiß nicht. Sag mir mal bitte, wie macht man so einen Cream Cheese? Der ist so... Der ist so... So kompakt und so... Bringt... Bringt so Gewicht auf den Bagel. Aber er ist trotzdem leicht und cremig so. Aber trotzdem so... Sorgt für eine gewisse Fülle. Und klebt den Bagel schön zusammen. Damit es nicht... Weil ich muss sagen, der Bagel... Der könnte ein bisschen weicher sein. Der ist so fest irgendwie. Und ich habe ihn extra nicht toasten lassen, dass er noch weicher ist. Der ist so ein bisschen zu fest. Als ob er so, keine Ahnung, schon ein bisschen älter wäre. Wenn du drauf beißt, du musst schon so festkauen und fest... Ich finde, der könnte ein bisschen weicher sein. Vor allem... Ich meine, es hält noch gerade so gut zusammen. Aber wenn es jetzt noch... Ist schon so grenzwertig. Wenn du drauf beißt, es verschiebt sich alles. Also... Ich habe schon weichere Bagels gehabt. Aber ansonsten... Was geht ab eigentlich? Ich meine, 17 Dollar für so einen Bagel... Ist auf jeden Fall auch am Preis. Aber wenn du weißt, yo... Das ist wirklich Bombenlachs-Qualität. Das ist Handarbeit. Die lassen sich Zeit für jeden Kunden. Du kannst da drinstehen. Du kannst shoppen. Niemand stresst dich. Niemand scheucht dich rein raus. Da sind Leute, die sind Profis am Werk. Die machen das seit über 60, 70, 100 Jahren. Bis auf den Bagel. Der Bagel... Also, nicht persönlich nehmen. Aber der könnte noch ein bisschen weicher sein. Ich weiß, was du meinst mit dem Bagel. Das ist ja ziemlich hart. Aber irgendwie macht es Spaß. So ein bisschen was zu kaufen lässt. Aber er könnte eine Spur gar schüttiger sein. Teigiger. Aber es ist schon... Wow. Geil. Auch die Creamcheese ist mega lecker. Und demgegenüber steht eine neue Generation von Delikatessen-Geschäften mit neuen Kreationen und Weiterentwicklungen des Pastrami-Sandwiches und den ganzen Delikatessen. Und eines davon heißt Frankl's. Und dafür gehen wir jetzt nach Brooklyn. Dafür gehen wir über die Brooklyn Bridge. Die wahrscheinlich berühmteste Brücke in New York City. Und zu so früher Stunde und auch unter den aktuellen globalen Bedingungen wahrscheinlich so leer wie noch nie. Und gebt euch mal diesen Ausflug einfach. Und gebt euch mal diesen Ausflug einfach. Und das war's von der Brooklyn Bridge, meine Damen und Herren. Und das war's von der Brooklyn Bridge, meine Damen und Herren. Herzlich Willkommen in Brooklyn. Und herzlich Willkommen bei Frankl's Deli. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal einen Ruben. Das ist mit Sauerkraut, oder? Das Ruben-Sandwich ist entweder mit Roastbeef oder auch mit Pastrami, zusätzlich Sauerkraut und Russian Dressing. Und ihr seht so ziemlich das Gegenteil von Cats, kann man sagen, oder? Ja, ein bisschen moderner. Es ist ruhig, clean, moderner, aber irgendwo trotzdem traditionell so. Ja. Es gibt auch wieder die ganzen jüdischen Delikatessen, Klassiker. Es gibt den Logs Bagel, es gibt Corned Beef, es gibt das Pastrami Sandwich, es gibt das normale Brisket. Die ganze Auswahl ist auf jeden Fall da. Und wie gesagt, ein sehr süßer, kleiner, kompakter Laden. Und wir haben uns jetzt für das Ruben-Sandwich entschieden. Mit Pastrami. Also nochmal die gleiche schöne Fleischladung wie vorher. Aber diesmal mit zusätzlich Sauerkraut und Russian Dressing. Schaut mal, hier ist auch der geräucherte Lachs für die Bagels. Da oben ist der Cream Cheese für die Bagels. Da sind die eingelegten Gurken. Orangina. Wird mir immer sympathischer, der Laden. Thank you very much. Have a good day. Thanks. Bye, guys. Bye. Okay. Wir haben die Ware. Frankl's Delikatessen. Mal schauen, was so abgehen wird hier. Ich bin gespannt, ob das jetzt mithalten kann mit Katz. Ja, das bin ich auch. Weil ich habe einfach noch nie ein besseres gegessen. Ja. Und wir haben schon andere gegessen, aber die nicht herankamen. Aber no way. No way. Mit Pickel. Seid ihr bereit? Hier sind unsere Essigürtchen für die Seite. Eine hellgrüne und eine dunkle grüne. Das sind die 10-Klernerspokkapps. Die fallen etwas kleiner aus. Schauen wir mal, ob das Sandwich auch kleiner ausfällt. Das ist auf jeden Fall schön warm. Geil, eingepackt. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Sieht das gut aus. Shit, man. Und ihr seht, wir haben wieder das schöne rosa Fleisch. Rosa Pastrami. Ich glaube, in der Regel ist es Ruben mit normalem Cornbeef zubereitet. In dem Fall Pastrami. Man sieht hier wieder diese geile Pfefferkornkruste und Sauerkraut. Da ist noch Käse mit dabei. Und ganz leicht sieht man hier auch dieses Russian Dressing. Ich weiß nicht, Russian Dressing, das kann verschiedene Soßen und Senssorten enthalten. Manchmal ist auch Mayo mit dabei. Und auch eine böse Kombination, dieses Sandwich. Wie man, glaube ich, auch unschwer erkennen kann. Ich packe das mal fein säuberlich aus hier. Und das Brot ist auch leicht angetoastet. So schön warm und man merkt diese leicht knusprige Oberfläche. Ich lege mal eins beiseite. Okay. Ich bin nervös. Drei, zwei, eins. Und rein. Shit. Wir haben es wieder geschafft. Wir haben wieder diesen Pastrami-Kick. Wieder dieses saftige, zarte Fleisch, das weichste, was zerfällt. Und diesmal mit diesem Sauerkraut drunter, das noch so eine kleine Frische reinbringt. Und so harmoniert in diesem fettigen und weichen Fleisch dieses knusprige Brot, das alles wieder so schön auffängt. So einfach diese Fleischwolke. Und der Käse, der alles schön zusammenklebt. Klein, kompakt und auch sehr, sehr liebevoll zubereitet. Fast schöner zusammengelegt als bei Kätz, muss ich sagen. Und auch das Brot bomben wird. Der Biss ist auch so schön dosiert. Du hast von allem genau richtig viel drin. Du hast von nichts davon eine Überdosis. So nicht zu viel Fleisch, nicht zu viel Säure, nicht zu viel Brot. Alles. Eine Einheit einfach wieder. Und stabil. Ja, das Papier will mein Sandwich nicht gehen lassen. Das kann nicht schnacken. Das macht so Spaß, wenn man das in der Hand hat. Was würdest du sagen, kommt dran, oder? Ja. Auf jeden Fall. Der Unterschied ist halt, dass hier das Brot getoastet ist. Voll. Das ist bei Kätz nicht. Das liegt, glaube ich, auch am Ruben, oder? Nee, wir hatten ja beim ersten Mal auch am Ruben. Auch nicht getrunken. Bei Kätz tosten dieses Sandwich nicht. Aber das Fleisch ist exakt das same. Das ist genau gleich. Schmeckt Bombe. Wahnsinn. Man müsste es, glaube ich, so Hand an Hand, einzeln, pur vergleichen und probieren, um überhaupt einen Unterschied zu schmecken. Ja, das würde man nicht erkennen. Also beides top. Richtig top. Und ich finde auch... Okay. Das ist so ein bisschen, das hast du eh vorher schon gesagt, das ist ein bisschen liebevoller. Ähm, verpackt, oder? Ja, finde ich auch. Das ist halt so ein bisschen ein anderer Style. So Kätz, als der, ich würde sagen, als die historische Institution, so der unangefochtene Klassiker. Und hier die neue Generation. Das kommt mir halt vielleicht auch ein bisschen fettiger vor. Dadurch, dass das Sandwich eben, glaube ich, so... Ich glaube, die haben das in Butter. Ist das vielleicht angebraten in Butter? Ja, ja, es ist schon angetrochen. Weil es ist sehr ölig. Also das Brot. Dadurch kommt halt auch das Brot nochmal so ein bisschen mehr zur Geltung, wenn halt diese, wie sag ich mal, Brot... Diese Brot... Diese Brot-Anbrutzel-Aromen mit dabei sind. Dann one bite. Hm? Hm? Hm. Nein, ich hab die Gürkchen vergessen. Du hast die Gürkchen vergessen! Wie konnte ich nur? Ich mag die Hellgrünen noch mehr. Die sind so frischer. Und nur leicht eingelegt. Die sind richtig geil. So, Leute, und hiermit beenden wir unsere kleine Pastrami-Delikatessen-Tour durch New York. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Peace. Ich geb dir 10 Dollar, wenn du es schaffst, da reinzukommen. Aber mit Kopf. Zählt das? Nein. Du musst schon drin sitzen auf deinem Po. Scheiß, ich roll rückwärts. Hier, das sind 2 Dollar.